Willkommen zurück hier in Cornwall UK im Park mit den Windsoriern. Ich muss mal schauen wie es weitergeht. Also erstmal Geld sammeln und dann muss ich unbedingt eine Verbindung hier oben zu dem neuen Gehege bauen, wenn ich es jetzt finde. Ganz hier hinten ist das. Was ist denn das hier für eine? Achso stimmt, der wird ja zur Heilung gebracht. Ich dachte jetzt gerade, was ist denn hier los? Also erstmal ein bisschen Gas geben, bevor ja bis hier was passiert. Oder ich zumindest mal ein bisschen Geld habe. Was mir dadurch dann wohl die Einschienenbahnen so kosten. Okay, also eine Million werde ich bestimmt brauchen. 3,4 ob ich es auf 4,0 schaffe. Okay. So, bist du denn verletzt? Ich sehe die gar nicht. Oh, das ist wahrscheinlich dann der, der jetzt da drin ist. Okay. Verstehe. Na, ich gebe mir die Knete, die ich brauche. Ich brauche nicht schon wieder einen Sturm. Den hatten wir ja zum Ende der letzten Folge erst. Oh, da kommst du da hin. Kann ich langsam anfangen zu bauen. Ich weiß noch nicht. Ne, ich warte noch ein bisschen. Produkt in der Luft. Bis 800.000. So, hier soll auf jeden Fall noch ein Gehege hin. Also mindestens eins. Das heißt, würde ich ganz gerne so irgendwie so da hinbauen. Schwierig, schwierig. Schwierig. Ich gucke mal, ob das funktioniert, wie ich das möchte. Der Durchgang hier ist echt super eng. Geht schon los. Geht schon los. Geht schon los. Geht schon los. Geht. Okay. 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 Mal schauen. Immer so ein bisschen rum. Verdammt. So weit rüber wie möglich. Okay. Die passt tatsächlich da aber gerade so haarscharf. Oh, war im gesamten gar nicht so teuer wie ich gedacht habe. Attraktionen. Okay. Ich muss noch eine Wegverbindung machen. Beziehungsweise Strombräune natürlich auch. Okay. Die habe ich ja schon. Na dann. Das stimmt wegen den Zäunen. Da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Ich sehe gerade nicht wo der Weg hier dran soll. Ja. Wow. Oh. Oh und sicher habe ich doch überall schon den Weg der Wiege. Okay. Da muss ich jetzt mal gerade was gucken. Wie teuer wäre denn der Luchse der Super Duper Weg? Das nicht. Da auch nicht. Wo waren das da? 600.000. Okay. Müssen wir natürlich sammeln. Okay. Zählt so an sich nicht als Wegverbindung. Ich muss doch nochmal einen Weg da durchbauen. Um. Oh. Okay. Das ist das. Okay. Oh. Okay. Das wird leider gefallen. Okay. 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 Let me. Okay. 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 So. Wie sieht es damit aus? Äh, damit nicht. So, dann geht es hier los mit Toiletten. So, dann geht es hier los mit Toiletten. So, ein bisschen Geld sammeln. Mal wieder. So. 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 stressig werden, verdammt, wenn die dann alle da krank werden. Okay. Okay. Na ja. Runde auf 2,9 ist natürlich kacke. Stimmt nur wegen der Erweiterung noch hoch erstmal. Und knete, läuft erstmal nix. Na aber klar. Ich muss schon mal ein bisschen Vitamine verteilen. Okay. Herasaurus in der Nähe von Scheißen, was für ein Herasaurus nochmal. Ah, Fleischfresser. Huuu. 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 Da muss ich mal gucken. Huuu. 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 das reichen jetzt für zwei ich weiß nicht ein bisschen vergrößern kann ich zur noten auch so schon mal ein bisschen wasser hin ansonsten muss ich gucken was sie wollen das weiß ich so nicht erstmal den ranger hinschicken weil der netz kein strom das kann aber dran liegen das noch nicht fertig gebaut ist mit der einschickenbahn sieht aber schon cool aus finde ich 3 gefangen ist schon mal cool saurier transportieren ich brauche noch zwei minuten bevor die hier rumlaufen so eine erkennung ist ja ich kann Da geht's. So, was ist denn jetzt das Leben von dem Ding? Oder hab ich das jetzt versorbändelt? Das war natürlich kacke. Ah, na. Gott sei dank. Transportiere Produkt. Produkttransport im Gange. Produkt zugestellt. Hier haben wir einen Hererasaurus. Ein Fleischfresser, der sich hier gut machen wird. Er muss ein kleines bisschen gehegt werden. Okay, fehlen dabei jetzt. Was noch? Beute. Da siehst du, was wohl noch für eine Beute? Ich glaub, Leben fangen, ne? Dachte ich mir. Genau. Okay. Zwei müssen noch nicht reichen. So, zufrieden ist er. Sieht gut aus. Auch das Gelände ist ein bisschen knapp. Scheiße, wo sind jetzt die Sau? Ja, tot. Das scheint hier nicht zu sein, oder? Nach der gestorbenen Lungenentzündung. Ich wusste, dass es Stress gibt. Mit dem Scheiß. Hm. Aber nicht nur ein bisschen Regen und kein Sturm. Hm. 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 So, Hoppe. Ich hätte jetzt gerne Millionen. Ja, bevor die jetzt nicht geil sind, hier wieder... ...wird ich keine... ...wird ich nicht schneller laufen. Sonst kratzt mir eventuell noch einer ab. Das wäre dann natürlich richtig kacke. So, scheiße, dass man die nicht irgendwie konfigurieren kann. G4. Am besten hier. Sticks. Donuts. Donuts. Okay. Donuts. Weiß die, ne? Selfie. Okay. Mal hier nochmal gucken. Mal hier nochmal gucken. Designer waren... T-Shirts. T-Shirts. Hhhhh. Hm, 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 hm. T-Shirts. T-Shirts. Immer wieder zurück, was ist denn das? Jetzt kann ich langsam mal anfangen, ein gefährlicher Sturm zieht herauf, das war natürlich schon wieder klar. Jetzt muss ich mal ein bisschen Geld haben, die T-Shirts sind super, ist klar, scheiße. Das muss ich nachher machen, wenn die wieder draußen sind. Das muss ich nachher machen. 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 Aber wer hat da jetzt niedrige Gesundheit? Das muss ich nachher machen. Das muss ich nachher machen. Okay. Wo war denn? Was wollte ich denn jetzt noch machen? So, hier die Shops wollen wir noch angucken. Hier müssen erstmal alle wieder raus. Ich kann endlich die Wege erforschen. Wo bin ich schon wieder? Da ist schon als nächstes drin, das ist gut. So, und ich wollte, genau, ich wollte gerade bei den Dingern. 2 Slushy, 8,4. Kefir ist gut. Okay, da passt nichts. Waffen, auf ne Waffe hätte ich jetzt auch Bock. 3,7, das ist schon mal gut. Attraktion, Wartungsgalerie. Das wäre natürlich ein guter Platz. Da kriege ich das mal einen Weg hin. Wo war denn das hier? So, mal schauen, ob das klappt. Okay, mit dem Brennen schon mal nicht. Okay, mit dem Brennen schon mal. Okay. 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 So, ich habe mir die noch gar nicht im Detail mal angeguckt. Da ist der eine schlafend und müde. Und noch einen. Der da. Den sehe ich so gar nicht. Ach da. Auf den habe ich mal eine gute Sicht. Cool. So, der Kampf ist schon wieder kacke. Okay. Sehr schön. Kann ich zumindest mal die Wege anfassen? Wir sind da jetzt verletzt. Okay. Oha. Na toll. Hm. Hm. Dann mache ich lieber Gebäude. Es sind ja doch einige kaputt. Produkt wird eingesammelt. So. Hier sind noch sechs. Das reicht erstmal. Naja. So. Ich habe noch einen Korn. Auch. Ich habe noch einen Korn. Okay. Der Korn. Das ist jetzt ja auch runter. Genau. Hier die wichtigsten Wege. Kostet richtig Asche, wie man sieht. Mal wieder ein bisschen sparen, aber ich hoffe das verbessert die Bewertung für die Gesamtbewertung. Hier oben ist noch gar nichts. Ist da also alles noch mehr oder weniger hin? Es ist erstmal wichtig, dass die da sind. Da oben. Da oben. Wie vor ist noch? Verdammt. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Ja und definitiv. Das lohnt noch nicht. So und dann fehlt noch. Eine Geschenkbuckethek. Die bringen natürlich immer am meisten irgendwie. Ist ein bisschen knapp. Sehr schön, endlich mal wieder die Krankheit unter Kontrolle gebracht. Okay, so. Okay, das war das. Sieht erstmal ganz sauber aus, finde ich. Hier muss noch irgendwas rein, vorzugsweise ein Fleischfresser. Da kümme ich mich demnächst mal drum. Also bald wieder Knete da ist. Dann muss hier noch eine Bahn durch. Also mindestens durch die zwei. So aus Gruppe. So eine Bürobahn auf jeden Fall. Vielleicht kann ich das mit hier noch verknüpfen. Ein Hotel wäre hier noch ganz nice. Und noch eine Gästeattraktion. So irgendwie. So ein kleines bisschen größer machen. Okay, das war's jetzt aber wirklich für heute. Ich sag mal wieder Danke fürs Schauen. Ich freue mich auf die nächste Runde. Sieht ja aktuell ganz gut aus. Mit 3,8. Wenn oben das weg geht, kann ich auch mal gucken. 4 Stunden 39. Das müsste machbar sein, würde ich mal sagen. Betriebskosten sind halt relativ hoch. Aber ist klar bei den ganzen Gebäuden und dem Kram. In Ordnung. Dann bis zur nächsten Runde. Bye, bye.